Herzlich Willkommen zum Super Smash Bros. Extreme Battle! Und HolyCard hat seinen Namen noch nicht ausgewählt. Flachpfeife. So, wir wissen jetzt immer noch nicht, ob wir 4 oder 5 Kategorien machen. Wir spielen einfach mal, je nachdem was die Zeit zulässt. Das ist einfach Prügeln, Mann. So, jetzt erst mal Free For All, 5 Leben, Runde 1. Äh, was mit wem nehm ich? Dein Charakter. Ach ja, stimmt. Die Charaktere hatte ich eigentlich fürs One On One in den Trailer geschickt, aber egal. Ach schon. Mepp. Ne, warte. Da. Wir müssen ein bisschen Souveränität und Ausgleich drin haben, ne? Wie immer. 3, 2, 1... Lasst mich euch in die Fresse hauen! Oh, 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 oh! Oh, oh, oh! Oh! Oh, 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 oh! Oh! Oh, was gibt's nicht! Gosh, was ist das... Oh! geckling was Boah, Alter, was? AHHHHH! Oh! Vergiss es! Nein! Alter! Aus der Luft, ey! Keine Gnade! Nein! Oh! Wo bin ich? Da! Oh, das gibt's nicht, ey! Wie soll eigentlich Mark noch 5 Leben? Was soll das machen? Danke! Raus! Ja! Ja! Ja, Q! Ja! 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 Nein! Nein! Äh, nee! Ich hab' gesagt, nee! AHHHHH! Ja! IEEEAAA! OH! Über 63! Ja! Ja, komm! Nein! Nein! Das ist so blöd, ey! Das wird nix. Aufnahme läuft, technischer Fehler ist behoben. Der Hund wurde kastriert. Genau. Und kastriert. Nochmal sicherheitshalber. So, go. Ich klicke auf die Stärke. Da gucken wir glaube ich alle gerade. Außer Marc, der sich die ganze Zeit zurückhält. Ja, hab ich gerade gesagt, wer hätte es denn vorstum kam vor uns? Du bist nicht. Das ist praktisch, ne? Nein. Boah. Alter. Du gehst doch immer auf mich schon die ganze Zeit. Scheiße. Äh, was wollt ihr denn jetzt von mir hier? Entfeuern sie ihn nochmal an. Das ist ja wohl unfair. Ich hab noch eins! Ich hab noch eins! Ich hab noch eins! BAM! BAM! Ich hab noch eins! Ich hab noch eins! Du Fickz! Timo! Komm her jetzt! Ah! Ah! Klatsch! Mach dich mal! Jetzt tun wir noch drei Leben. Hier war ja nur noch eins. Oh, nee. Äh, nee. Obwohl, bringt mir eh nichts. Ich hab null Prozent. Sie sind verbraten. Okay. Oh, voll rein! Oh. Oh. Ich mach immer nur das Gleiche. Oh. Oh. Ah, genau die Mitte. Nein. Oh. Nee, vergiss ich. Oh, Scheiße. Ja, super, was soll ich da denn jetzt machen? Oh, nee. Oh. 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 Hexe! Geh ab! Ja, was ist denn die Richtung? Kann auch in der Wohnung bisschen rumlaufen, ist nicht das Ding. Obwohl Vogel ist draußen, fällt mir dran ein. Sie ist ja nun keine Katze, wenn sie die Form hat. Ja, aber ich habe ihn meine, sie hat schon ein paar Vögel zerfetzt. Also wenn sie ihn kriegt, dann ist er tot. Ja. In der Hinsicht ist sie eine Bestie. Kommt sie in Siegel raus. Oh! Scheiße! Ja, jetzt nicht wegdrücken, ich muss mal kurz... Platzierungstechnisch Punkte vergeben hier. Ja. Also, drei Punkte nicht für Holika. Okay. Drei für Timo. Zwei für mir. Einen für Kirby. Und keinen für Didi. Keinen für Didi. So, das war Runde eins. Dann jetzt... Home Run Contest. Ja. Home Run Wettkampf, das erste Mal, es wäre nichts gewesen. Ohne Ausnahme. Ja. Können wir alle nicht, das ist das Problem. Ich fang an. Für Fun habe ich es doch reingenommen. Ich fang an. Natürlich mit der cheesy Taktik. Von GQ. Oh! Oh nein! 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 Ich hasse das, wenn er nicht schlagen würde. Du bist zu spät losgelaufen. Ja. Da kann nicht rausfallen, wenn man da so... Äh, ne. Ach, shit. Du kannst kurz vorher, sobald der Countdown anfängt, kannst ihn rauskicken. Hä? Hä? Smash-Angriff! Ja, okay. Gut, das wird das schon mal eine... Ja, Timo. Also, schlechter können wir es nicht mehr machen. Ja. Okay. Da haben im Baseballschläger einen Smash angefunden, das Ding wegzukicken. Smash-Angriff! Äh... Äh... Jeeeee... Jeeeee... Fuuuuh... Okay. Äh, ein Profil. Aber wir haben ja eh alle zwei Versuche. Wollte ich gar nicht sagen. 481. Die waren auf jeden Fall schon mal schön fürs Auge, die ersten beiden. Hat er gut gemacht, ne? Mhm. Ja, ich auch. Aaaaaaah! Fickfliegel! Naja, ist halt weniger, glaub ich. Ja, ich glaub auch, oder? Ooooooooooooooooh! Ne... Ja, weniger. Haaaah! Ja, weil der erste nicht getroffen war. Das sieht man schon in der Prozentzahl. Aber wir haben ja noch. Einen Versuch hat jeder noch. Mhh... Man könnte auch den Baseballschläger schon vorher aufheben. Kannst aber halt diese Kombo nicht mehr machen. 4... 3... Oh, Didi! 2... 1... Ja! Wäre lustig gewesen, hätte er vorbeigehauen. Ja, dachte ich auch. Also Millimeter... Alter, was?! Scheiße, das gefällt mir nicht. Nili! Okay! Schwert auf Stahl! Mhh... Fantastisch! So! Kirby! Mhh... 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 War auf jeden Fall schon mal besser als der Erste. Mhh... War nicht schwer. Mhh... 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 soll er jetzt nicht wegdrücken also null punkte für die die wieder drei für die die zwei für holika ein für mich 0 für curve dann hast du ein punkt richtig richtig gut ja so multi smash drei minuten kommen dann kommen die duelle dann wird es interessant drei minuten also der meisterschaft nachher den namen Prozent ja ich sehe schon nicht wo bin ich denn und zweiter okay und jetzt bin der das ist immer wenn du als erster rein fährst in die Charakterslots dann nimmt er dir als ersten so man könnte ja ganz typisch hier nein man kann sich die tägliche das nehmen wir raus wie die mich denn eh keine ahnung kann man player zwei der namen ändern eigentlich jetzt jo hier holi ist auch die die alle richtig ne gut äh für mich nur eine farbe lasse ich so ja wird interessant sind wir zusammen oder einzeln ich weiß gar nicht ich hoffe die werden einzeln kriechen nein doch siehst du unten da über dem kopf wo bin ich wo bin ich wo bin ich da bin ich ich treffe nicht mal einen ey was so ein chaos wildes gemäsche ja 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 auch ah ja pack meint falls einer rausfällt ist er üblich automatisch letzter ne oh ja dann bin ich den gerade aufgefunden ja für pack mein da müsste der pumpz dagegen ich sag mal auf zu springen du bastard alle bis auf zum hof hast dann gleich auch bin ich denn damit nicht durch 14 direkt über eurem porträt steht das muss pulverisiert werden ich habe beinahe rausgeflogen aus eben meine wenn die ist eigentlich auch stärker mit der zeit ich glaube ja wo bin ich wo bin ich ich sehe mich nicht wo bin ich da bin ich kriegst du krebs in den augen wenn du sowas siehst Prozent oder um Prozent vor Ort gut da okay nicht drücken jetzt sieht man es natürlich nicht. Ähm, warte, wir können Videospeichern machen, das wäre eine Möglichkeit. Ja. Ich bin, ich bin letzter. Wir sind schon mal raus, wir sind schon mal 0. Ja, das können wir schon mal eintragen, die 0. NULL! Alter Schwede! Nein, 2! 29! 29! 29! Yes! Ich wäre eh letzter geworden. Also, 3 für mich. Ne, hätte ich mal bei Holika hingeschrieben, das ist ja falsch. 2 für Holika, 1 für Curve und 0 für Didi. Damit haben wir Holika auf 7. Ich habe 6. Corbin hat 2. Didi hat 3. 1 für feiern 2. 5 für mich! 2 für mich! 2 für mich! 3 für mich!